Dass man hier im Tiroler Landtag ein Windrad aufstellen könnte, bei so viel heißer Luft, die insbesondere von der Seite der Liste Dinkhauser kommt. Immer dieselben Sprüche, immer dieselben Gesten und du bleibst sträflich schuldig Inhalt und Sachlichkeit. Du hast als Bürgermeister von ZAMS Unrecht gesehen und Unrecht geduldet. Du bist letztlich der Schleppenträger des Herrn Landeshauptmann, Stellvertreter und nicht mehr. Und die heiße Luft, die heiße Luft Dinkhauser hat dich zum Landeshauptmann gemacht. Sonst wärst du maximal Polizeibeamte in ZAMS geworden. Das ist ja so ein Blödsinn, das ist doch. Es gehe der Liste Fritz nicht um die Sache, lautet die Antwort von der Regierungsbank. Ich ersuche alle Abgeordneten dieser Liste, dass man endlich aufhört, Interessengruppen gegeneinander auszuspielen. Hört auf, überall Hass, Zwietracht und Streit hineinzubringen. Es ist eigentlich weitaus zu weit gegangen. Also gibt es jetzt noch ein Blödsinn. Vielen Dank. Vielen Dank.